So unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Was war die Geschichte des Endes der Demokratie, damit wir von dieser Geschichte lernen können, dass es nie wieder passiert ist? Die Gesellschaft, wo wir Veränderungen haben wollten, wo eben dann über die Demokratie auch diese neue Bewegung es geschafft hat. Wir haben einen Teil unserer Planeten verletzt und das haben wir nicht erinnern. Wobei es dann schon so war, dass viele gesagt haben, wir können ja nicht nur dagegen sein, sondern wofür sind wir denn? Was ist die Alternative? Also ich bin hier, weil ich auch finde, dass man durch viele kleine Sachen schon ziemlich viel bewirken kann. Klar können wir es nicht. Wer übernommen es? Ja. Ja. Also ich habe auch noch einenACHter, aber nicht. Das war ja. Ich mache es immer noch, weil ich mich im Ruhm noch nie Aunque keine Hügehen habe. Ich mache es jetzt den Ruhm noch nicht. Ich mache es mir so lange mit ganz normalen Hügehen. Ich mache es jeden Mal an die Hügehen, ich mache es noch gerne mit, mit, mit. Ich mache es noch nicht mehr. Ich mache es noch keine Hügehen. Ich mache es noch nicht mehr.